Golas, in dem Buch der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst, sagt, liebe dich. Wenn du dich nicht lieben kannst, liebe dich dafür, dass du dich nicht lieben kannst. Wenn du auch das nicht kannst, liebe dich dafür, dass du dich nicht lieben kannst, dass du dich nicht lieben kannst. Egal auf welchem Umweg, wenn sie mit sich ins Reine kommen, ändert sich das sogenannte Problem, das ständig auftaucht. Danken Sie dem Gedanken, dass er Sie aufmerksam gemacht hat, dass Sie da eine Latte haben. Akzeptieren Sie die Latte, wenn Sie wollen, Sie sollen ja nicht alle rausbrechen. Aber gehen Sie mit Dankbarkeit um, statt mit Widerstand, weil Sie ständig zurückkriegen, was Sie raussenden. Die Welt wird über Nacht positiver. Kann ich einige auflösen, manche anders verstehen und dann bleiben ein paar übrig, dann sage ich, okay, ich danke dir, dass du mir klar machst, dass ich mit der Situation noch nicht klarkomme, aber das akzeptiere ich. So, Jesus und der Wange, haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, auch in der Pause. Wenn Sie es ganz pragmatisch sehen, sagen Sie, okay, ich lasse ihn ins Leere laufen, wenn ich ihm die andere hinhalte. Er kommt auf alle Fälle in Stutzen. Ich bin nicht mehr der Partner, mit dem er diese Spiele spielen kann. Oder Sie sehen es seelisch und sagen, ich sende ihm meine Liebe nach dem Motto Feinde lieben. Das ist eine tolle Übung. Jeder Mensch ist mein Lehrer oder mein Coach. Ich kann dann sagen, okay, mal wieder eine Trainingsstunde, Klingeling, die Glocke hat gebimmelt und jetzt kann ich trainieren. Nicht immer, aber immer öfter. Wenn es mir nur ab und zu gelingt, freue ich mich. Über die Liebe haben wir schon einiges gesagt. Ich erinnere nochmal daran, dass das die Intelligenz des Herzens ist und die Grundidee hinter der Liebe ist eine Tat, eine geistige oder Herzenstat. Das heißt, die Liebe ist nicht zu verwechseln mit den Gefühlen, die physiologisch in uns produziert werden, wenn wir Dinge toll oder nicht toll finden. Was da auftaucht, sind die Emotionen, die mit Hormonen einhergehen und so weiter. Aber wenn die Liebe strahlt, dann kommt eine Flut von Freudehormonen in unser System. Es hat Auswirkungen, physiologischer Art. Aber die bedingungslose Liebe ist nicht hormonell produziert worden. Die produzieren wir hier und hier. Die Verbindung zwischen Hirn und Herz führt zur bedingungslosen Liebe. Es ist also eine Tat, eine Tätigkeit, eine geistige. So, der innere Frieden beginnt natürlich innen, ist klar, darum heißt es ja innerer Frieden. Und Blick auf den Fixstern kann mir sehr helfen, meinen inneren Frieden wieder zu finden, wenn ich gerade mal wieder auf 180 bin. Das war der Gedanke. So, dann haben wir das auch durch. Das auch. So, ich glaube, wir kommen zeitlich ganz genau hin. Manche müssen nämlich dringend weg. Ich glaube, ich habe alles Wesentliche durch. Darf ich zum Ende Ihnen noch einen Rat geben? Erstens kann ich nur über das hinauswachsen oder hinausgehen, wo ich heute bin, wenn ich akzeptiere, wo ich bin. Das ist mit die wichtigste Regel. Je mehr Sie sich akzeptieren, trotz Latten, die das eigentlich verbieten, desto mehr schwächen Sie diese Latten und vergessen Sie eines nicht. Wenn wir uns seelisch wohler fühlen, fühlt sich das kleine Ich auch wohl, wenn es das mal darf. Natürlich wettert das zuerst, weil da eine Latte ist. Okay, danken Sie ihm, sagen, okay, lass mich mal, mach mal ein Experiment, warte mal ab. Und auf einmal badet es sich in diesem Dankgefühl und sagt, hätte ich gar nicht gedacht, ist eigentlich sehr angenehm. Kannst du öfter machen. Je mehr Sie sich akzeptieren, akzeptieren Sie die Welt. Die Texte, die Sie bekommen haben, ergänzen zum Teil, was ich erzählt habe. Haben Übungen drin, die wir nicht durchgespielt haben, die Sie mit einem Partner Ihres Vertrauens machen sollten zu Hause. Haben Denkanstöße, die ich nicht erzählt habe, damit sich das ergänzt. Und wenn Sie irgendwann auf einen Gedanken stoßen, wo Sie im ersten Ansatz sagen, so ein Scheiß. Danken Sie dem Gedanken, dass er Sie aufmerksam gemacht hat, dass Sie da eine Latte haben. Akzeptieren Sie die Latte, wenn Sie wollen, Sie sollen ja nicht alle rausbrechen. Aber gehen Sie mit Dankbarkeit um, statt mit Widerstand, weil Sie ständig zurückkriegen, was Sie raussenden. Die Welt wird über Nacht positiver. Es gibt eine Story von Brahman, die erzähle ich bei solchen Anlässen wie heute gerne am Schluss. Man sagt in Indien, dass Gott, als er die Welt geschaffen hatte, sie nach einer Weile ein bisschen langweilig fand. Und dann hat er mit sich verstecken gespielt. Und da er Gott ist, konnte er sich hervorragend verstecken. Und zwar hat er sich in tausende Teile geteilt natürlich, nicht nur eines. In Milliarden von Teilen und die hat er alle versteckt. Und sehr gut und sehr effizient. Und dann hat er immer, ja, Millionen gesucht, nicht, nach sich. Und dann hat er hier ein Teilchen gefunden und da freut er sich, das macht er heute noch, das Spiel. Und daher wissen wir nie, wo er gerade steckt. Oder Teile von ihm stecken. Es kann genau in dem Asylanten oder Ausländer oder sonst was sein, den wir gerade abzulehnen bereit sind. Wir wissen es nicht. Es kann auch in uns sein. Letzter Gedanke. Man sagt sich, dass die ganz hohen Geister mal überlegt haben, wie sie am besten verstecken vor den Menschen, was das Wahre ist. Das hat der eine gesagt, ganz hoch in den Bergen. Und wenn die vom Neandertaler sich langsam entwickelt haben, dann werden sie die Berge erklimmen, dann finden sie es. Nee, sagt der andere, das könnte zu früh passieren. Tief im Meer, sagt der andere. Nee, dann bauen die irgendwelche Boote und so. Die sind da ganz schwer am Entwickeln. Das wäre noch zu früh. Und so haben sie verschiedene Orte durchgespielt. Am letzten kamen sie drauf, wo sie das Allerwesentlichste für den Menschen verstecken werden. Im Menschen selbst. Das findet nur der, der nach innen blickt. Wenn sie nach innen blicken, werden sie außen einen wesentlich besseren Klarblick bekommen. Wir möchten so gerne im Griff haben, möchte unser kleines Ich im Griff haben. Kleine Warnung für Sie. In Indien fängt man Affen. Man hat also eine Kalabäsch da. Da sind Nüsse drin, die die Affen gerne haben. Und dann greifen sie hinein und dann machen sie hier die Faust, um möglichst viele Nüsse zu kriegen. Und dann kommen sie aus dem Krug nicht mehr heraus. Und immer wenn sie merken, dass sie im Begriff sind, etwas unbedingt im Griff haben zu wollen, ballen sie quasi die Faust. Fragen sie sich, ob die Faust in dem... ...Dings drin steckt. Was für ein Gewicht dann dran hängen haben. Weil sie die paar Nüsse fest in der Hand haben, aber nicht die Situation. Wenn das Ihre Vase ist, voller Nüsse, können Sie mit der Hand raus und rein, so oft Sie wollen. Wenn Sie Angst haben, nehme ich die Hand raus, entspanne ich die Hand, nehme sie raus, wird mir jemand die Vase klauen. Dann haben Sie aus Angst zugemacht. Dann sollten Sie sich fragen, ob Sie sich befreien wollen. Manche wollen ja nicht frei sein, aber die Frage können wir uns stellen. Weiteres Bild. Der berühmte Elefant. Wissen Sie, wie man junge Elefanten trainiert, programmiert? Lappenzaun für Elefanten. Also wenn er jung ist, der Elefant, dann reicht eine Bambusstange und ein kleines Seil. Und dann zieht er ein paar Mal dran und dann merkt er, geht nichts. Und dann lernt er das. Er ist ja sehr lernfähig. Und wenn Sie einen großen Elefanten haben, wir reden jetzt nicht von Zootieren oder Zirkustieren, die zum Teil ja durchaus nicht mehr ganz harmonisch sind mit sich aufgrund ihrer Umwelt. Aber so Arbeitselefanten in Indien und Afrika, die werden abends nur mit einem dünnen Seil festgebunden. Nichts große Ketten. Sie haben gelernt, dass sie nicht weg können. Und das Seil reicht vollkommen. Nur wenn Feuer ausbricht, rennt der Elefant und vergisst den Lappenzaun 127a, die Latte, dass er ja nicht weg kann. Frage, welches Feuer muss unter Ihrem Hintern brennen, wie Sie fähig sind, die eine oder andere Latte aus Ihrem Zaun zu entfernen? Wenn Sie Programme suchen, wenn Sie Lappen finden, fragen Sie sich, gibt es ein Feuer? Brennt es mir unterm Hintern? Und dann können Sie so die Latte im hohen Bogen wegschmeißen. Wenn es nicht brennt, beißen Sie sich die Zähne aus an Ihrer Latte. Dann akzeptieren Sie und lieben Sie die Latte, statt sie wegschmeißen zu wollen, wenn Sie innerlich noch nicht so weit sind. Die Latte ist nicht das Problem. Das Problem ist Ihr eigener Widerstand. Und wenn Sie also, so wie ich, diese Aggressivität gegen die Welt haben würden, und dann erkennen Sie das irgendwann, dass das mit Programmen zu tun hat, und dann bin ich so zwei, drei Jahre gegen meine Latte gerannt. Ganze Zeit. Andere Leute habe ich in Ruhe gelassen, aber dann mit mir. Also habe ich genau dieselbe Aggressivität, Widerstand mit mir selber verbraten, bis ich gemerkt habe, was ich da tue. Heute weiß ich ein bisschen mehr. Das sind so Prozesse, die haben bei mir sehr lange gedauert. Das muss nicht so lange dauern bei Ihnen, wenn Sie eher erkennen, worum es geht. Sie haben in Ihren Unterlagen einen Brief. Wenn Sie mal wühlen, da ist ein Blatt Papier, da steht Fixstern, Brief. Oben drauf ist ein Kuvert dabei. Ich möchte Sie bitten, dass es nach der Geschichte mit dem Lattenzaun, müsste nach der Lattenzaung-Geschichte auftauchen. Ein leeres Blatt. Genau. Und ein Kuvert. Richtig? So. Nehmen Sie sich drei Minuten. Schreiben Sie sich einen Brief. Schreiben Sie auf das Kuvert Ihre Adresse drauf, sonst kann er Sie nicht erreichen. Dann pappen Sie zu und wir schicken Ihnen diesen Brief. In etwas Zeit. Jetzt im Moment haben Sie einen Vorsatz. Irgendeinen Gedanke, den Sie mal im Supermarkt kaufen wollen. Dann werden Sie daran erinnert mit dem Brief, der Sie demnächst erreicht. Und dann können Sie sehen, ob Sie was damit angefangen haben. Gibt es etwas, wo Sie sagen, damit möchte ich mich näher befassen, das möchte ich tun, das möchte ich anders machen oder weiß ich was. Schreiben Sie sich das auf. Stichworte genügen. Der Brief ist ja an Sie selber. Dann adressieren Sie das Kuvert. Das war es, was ich Ihnen mitteilen wollte. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Danke.